Ich mache nur Bilder auf einer Unaubfällige. Guck mal, mein Bruder, wenn er diese polnische Hunde immer hat gekappt, sagt, wenn er nicht ein Lohn große Autobahn kauft... Oh mein Gott, was hätte ich nicht... Diese Frau hätte ich sofort weggeschmissen. Guck mal, von der drei trinkst du nur Wein. Man darf hier nicht fotografieren angeblich. Aber Muni macht was der will. Warum soll ich hier nicht fotografieren dann? Auf der Berg trinkst du Whisky? Warte. Das war echt gut. Ja, Mann. So einer wie ich braucht sowas. Sehr hübsch. Sowas hätte ich getragen. Das waren noch Klamotten. Sicher, sicher. Zehn Kilo schwer. Aber die Leute haben auch mehr Kraft gehabt.